Schritt für Schritt hier im wald ist es irre warm die hitze steht hier in den bäumen ist krass weil das ist ja schon so wenn ich hier mal ein bisschen spazieren gegangen habe ich gefühlt wie nach einem marathon das war echt übel so gut checken wir mal aus rutschig langsam zusammen. Toll.